Ihr ganzes Leben steht ja sehr im Zeichen des Engagements für Frieden, Freiheit und Menschen. Was treibt Sie persönlich an? Naja, ich möchte nicht, dass diejenigen, die Unheil über die Welt bringen, letztlich gewinnen. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass eine böse und freiheitsfeindliche Gesellschaft zusammenricht und Freiheit und Demokratie möglich sind. Und daran will ich weiter glauben. Und deshalb will ich den Feinden von Demokratie und Freiheit auch meinen Widerspruch und meinen Widerstand entgegensetzen.